Herzlich willkommen, meine liebe Waage, zu deiner kurzen Tarot-Wochen-Botschaft. Ich schaue heute auf die Woche vom 13. bis zum 19. Mai und wir schauen einfach mal, was dich stärkt oder was dir hilft in dieser Woche, beziehungsweise was dich schwächt oder was dich hindert. Ich mische erstmal locker in der Hand. So, bei dir wirken die Karten im ersten Moment wirklich geordnet, aber hier sind zwei rausgefallen. Okay, ich gucke nochmal unter den Kartenstapel, die Liebenden, alles klar. Wir haben hier eine Energie, von wegen gerne ein bisschen mehr machen als weniger. Das finde ich hier ganz spannend. Es geht, ach, guck dir das mal an, ey, das liegt da auch noch drunter. Ach, du Liebesbisschen. Also ich könnte hier tatsächlich gerade eine ganze Geschichte erzählen. Ich lasse mal diese Karten erstmal draußen, weil die hängen auch immer, die hängen sehr häufig miteinander zusammen, beziehungsweise eigentlich immer nach meiner Erfahrung. So, was du tun sollst. Das große Thema ist hier tatsächlich Liebe, beziehungsweise zwischenmenschliche Beziehung. Bei der Liebe muss es nicht immer nur um die romantische Liebe gehen, sondern hier an der Stelle kann es sich auch um jemand anderen handeln, der dir vielleicht sehr am Herzen liegt. Bei den Liebenden, das impliziert immer auch, dass man gemeinsam Berge überwinden kann, dass man Schwierigkeiten überwinden kann, dass man sowas aber auch mit voller Leidenschaft macht, ne. Das heißt, ich bin wirklich gewillt, für meinen Gegenüber sehr, sehr viel zu geben, ja. Und auch Schwierigkeiten mit ihm gemeinsam zu meistern, ja. Und das Spannende ist hier, hier liegen eine Menge Entwicklungschancen und Glück drin, ja. Erst der Münzen, das sind auch teilweise mal sehr wertvolle Gespräche, die nicht unbedingt angenehm sind, ja. Also ich kenne solche Gespräche aus meiner Beziehung, da heult man Rotz und Wasser, aber im Endeffekt sagt man sich, ja, das hat mir gut getan, beziehungsweise wir wissen beide jetzt, in welche Richtung wir wollen. Hier haben wir den König der Münzen. Ich würde fast sagen, jemanden, der herausfordernd ist und natürlich dich selber, Königin der Kelche, bitte bedenkt, diese Karten sind geschlechtsunspezifisch, ne, Zuschauer gegenüber. Von daher, hier liegt tatsächlich eine Menge Gefühl mit drin. Was du tun solltest, kämpfen, ja, kämpfen und einen Sieg einfahren. Diese Karte impliziert immer, dass man eine Menge getan hat, dass man vielleicht auch mit all seinen Ressourcen und all seinen Kräften hier in den Krieg gezogen ist. Bei dieser Karte wiederum, was du nicht tun solltest, das ist so eine Karte, bei der sehr viel Reue mitspielt. Ich würde fast sagen, auch mal sehr überspitzt, Opferrolle ist hier das Thema, ne. Dinge nicht in Angriff zu nehmen. Der Hintergrund dieser Karte mit den Zähnen der Schwertern ist, dass man immer wieder Chancen vor die Füße gelegt bekommen hat und die aber leider nicht genutzt hat, ne. Diese Schwerter stehen quasi bildlich dafür, dass man immer wieder vielleicht auch Wahrheiten, die unangenehm waren, Chancen, Möglichkeiten sich immer wieder an die Wand gehängt hat, mit der Intention, ja, mach ich später. Dann kommt noch eine Chance, ja, okay, ich nehme sie nicht, aber ich halte sie mir mal warm, ich hänge sie an die Wand. Und irgendwann ist es vorbei, ja, mit Handeln beziehungsweise Chancen nutzen, weil zu viele einfach nicht genutzt wurden, ja. Von daher, nutz all deine Chancen, versuch dich hier nicht in einer Opferrolle zu verstecken, von wegen, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Irgendwie geht es weiter, ja. Diese Karte impliziert auch immer so ein bisschen so ein Strampeln, mit allen Möglichkeiten kämpfen, ja. Von daher, das scheint hier an der Stelle wichtiger zu sein, als irgendwie in einem Selbstmitleid zu versinken, ja. Ich hoffe, das ist irgendwie halbwegs klar geworden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne unter das Video, meine Lieben. Ich schließe jetzt erstmal diese Legung und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, meine Lieben. Macht's euch schön, passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal.